Die modernen Zeiten machen auch vor dem Gewerbe der Bestatter nicht Halt. Ob Ökobeerdigung, Sehbestattung oder ganz klassisch. Heutzutage ist fast alles möglich. Im Vordergrund steht nicht der Tod. Im Vordergrund steht das Denkmal, das wir einfach setzen. Fakten, Informationen, Hintergründe. Spiegel TV Österreich. Bestattung. Das Geschäft mit dem Tod. Montag 20.15 Uhr. Montag 20.15 Uhr.